Hallo in dieser Part, hallo. Hallo. Du sagst davor, du bist unschuldig, ne? Ich bin unschuldig. Guck doch meinen süßen Blick an. Hast du gesehen, wie du gerade die begrüßt hast? Du hast sie angeschossen, die Leute. Ich bin doch süß und knuddelig. Du hast sie angeschossen. Ich bin doch süß und knuddelig. Du hast sie angeschossen. Nein. Doch. Was ist passiert? Ich habe mich geopfert. Was hat der Schalter getan? Gar nichts. Ich habe nichts gesehen. Oh je. Du hast nicht hingeguckt. Das ist immer gut. Da hinten macht er was. Ah, ich kann da durchlaufen. Lass mich. Ich guck mal. Ah, dann musst du das auf jeden Fall danach anscheinend betätigen. Warte. Mal sehen. Ja doch, das muss jetzt betätigen für mich. Dankeschön. Oh je, Mini. Ähm. Jetzt mache ich es für dich. Geh bitte auf ein Hauptdings. Äh. Nein, nicht durchlaufen. Sag nichts. Wäre Facecam an, dann würde die mehr sagen. Ich würde sie mehr sagen können, als man glauben würde. Ich mache das. Bis dahin. Danach da drüben musst du es machen. So. Das Problemchen. Ah, du musst jetzt so machen. Hier musst du jetzt dein Portal. Oh. Warte, warte, warte. Ah ja, genau. Du stehst jetzt richtig. Warte. Steht genau hier so ungefähr. Ja. Jetzt musst du bis hier hin. Und jetzt wird es interessant, weil jetzt mache ich, du musst einmal hoch springen und dann mache ich das Portal weg und dann musst du hier hoch. Mit dem Schwung. Verstehst du, was ich meine? Sag Bescheid. Drei, zwei, eins, springen. Nein. Ach, rechne ich mal aus. Nein. Ich habe zu früh gesprungen. Achso. Zu früh. Okay. Achso, du bist dann davor nochmal auf das blaue drauf gekommen? Mh. Achso. Vielleicht kriegst du das Kante ohne Ende. So. Sag drei. Drei. Zwei. Du sagst, sag drei. Da. Jetzt bist du wieder drauf. Ja, spring einfach hoch und ich setze es um, weil ich sehe es ja. Ach, das geht echt schon. Ah, das ist mit Verzögerung. Unser Internet. Mh. Drei, zwei, eins, los. Genau, jetzt passt es. Nee, auch nicht. Wie soll man hier bitte schon den Schwung mitnehmen? Weil hier gibt es halt sonst nichts. Das ist das Problem. Das ist ein bisschen interessant. Kannst du auf jeden Fall ein bisschen. Ähm. Mach mal da was hin. Ja, ich kann da was hin. Mach da, mach den. Ja, mach den, ja, mach den wirklich mal was Beklopptes. Ach doch, das passt doch. Oh, bisschen wird dumm. Oh, ich bin so ein dumm Kopf. Ja, mach jetzt einfach das drauf. Das blaue. Ja. Ja. Genau. Ja, aber es ist jetzt drauf. Das heißt, du hast dich jetzt vielleicht umgebracht, aber du hast es nur so einfach wie ich gehabt. So, wie komm ich, wie komm ich jetzt da rüber? Durch das rote Portal laufen. Ach so. Ich weiß, ich könnte vielleicht irgendwie logisch sein. Lass mein Arsch in Ruhe. Auf der letzten Strecke werdet ihr sie brauchen. Lass meine Arsch in Ruhe. Ja, Hauptsache unschuldig tun, aber meinen Arsch sehen wollen, ne? Ja, gell? Gell? Hauptsache dann meinen Arsch sehen wollen. Ja, jetzt wurdest du abgespült, ey. So. Ach ja. Ja, das ist gut, dass ich mich halbwegs an die Rätsel erinnere. Das wäre sonst echt viel... Na gut, da bin ich jetzt irgendwie draufgekommen. Gerade. Ja, das auch, ja. Mein Kopf ist gerade nicht so fit für das Game. Ist doch nicht schlimm. Wir haben ja die Grundideen, beide. Es ist irgendwie immer so. Einer ist dann nicht so fit, der andere übernimmt's und dann klappt das. Ja. 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 Hm. Das ist ein Syncron. Wenn eure Tests nicht wirklich wissenschaftlich sind, hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht. Nö, nö. Passt nicht. Ist nicht bereits diese Einsicht selbst eine Art von Test? Ah, was ist das? Ah, was ist das? Da gibt's auch so'n Dings, ne? Das du anstrahlen kannst. Dann machst du das noch das andere Dings hier hin. Dann müsste ich wahrscheinlich Walljumps machen können. Hellblock. Ja, dann machst du das Hellblock. Ah, da können wir ja beide. Level zuerst. Gut. Gut. Du hast es anscheinend geschafft. Komm ich hinterher. Schön, ne? Yeah. Erster war ich ganz schnell abgeschlossen. Da. Komm. Komm in mein Reich. Was ist das denn? Aha. Aha. Da kann man dann weiter durch. Okay. So ist das also. So wie vorhin. Ah. Okay, dann lässt du mich durchlaufen. Okay. Mal sehen, was es da gibt. Und du läufst bitte nicht da durch. Mal sehen. Ich hab was hinsetzen? Ja, kann ich. Aha. Dann kann ich anscheinend. Ich seh da was. So, jetzt mach. Naja, ich. Ja, aber ich kann da nichts. Ja, mach, mach. Nein, nicht durchlaufen. Ich steh doch hier nur. Du betätigst jetzt einmal den Schalter. Okay. Du musst jetzt ein paar mal für mich den Schalter betätigen. Einmal. Danke. Und jetzt. Warte. Und jetzt nochmal. Ah, gut. Passt. Hast du schon gedrückt. Gut. Jetzt müsste ich da hochkommen. Aha. Ich bin schon beim Exit-Bereich. Das heißt, ich muss wahrscheinlich für dich das da andingsen. Warte. Irgendwie. Wie soll ich danach? Achso. So soll's dann sein. Warte. Müsste ich das? Oh, ich bekomm das nicht. Doch, doch, doch. Oh. Das funktioniert so gar nicht. Ähm. Ja, da oben sind auch Dinger. Achso. Ah, das ist dann für dich. Aber ich komm da nicht hin. Doch, doch. Doch, komm ich. Drück mal den Schalter jetzt. Wo, wo, ich frag mich, wo das genau hin, Dings? Mitten ins Wasser. Das ist ja genauso wie das mit dem Fukushima-Wasser, ne? Was ja auch irgendwo einfach, Hauptsache irgendwo in die... Jetzt nochmal den Schalter, damit ich sehe, was passiert. Fukushima... Ja, ist doch so! Ok. Wir können... Wir können eigentlich schon erklären, dass Fukushima ihr verstrahltes Wasser in den Wasserdingen machen möchte. Ja, geil, ne? Hauptsache in die Meere rein. Wann ist er sonst... Ist das jetzt richtig? Ja. Wohin hat das jetzt aufgeplatscht? Da, wo ich bin. Warte. Ja, aber das alleine bringt dir ja nichts, oder? Weil du würdest dann nur auf die andere Seite dran ditschen. Das ist halt das. Das alleine bringt dir nichts. Für was ist das? Ey, sie muss vielleicht irgendwas sein. Das ist das Problem. Warte mal. Warte mal. Ah, ja. Das ergibt Sinn. Und jetzt machst du es nochmal. Gut. Ey, siehst du, wir denken doch immer beide nach. Dann sagst du, du bist nicht topfit, aber du denkst... Weißt du, das ist einfach das perfekte Team. Der eine denkt darüber nach und der andere über das andere. Und schon sind wir so schnell hier durch. Wie komm ich jetzt aber dahin? Ähm... Aha, aha. Einfach da geh... Ja, du musst aber nur geradeaus springen. Jetzt musst du alles nochmal neu andenken. Wenn ihr diese Strecke nicht abschließt, müssen diese Menschen sterben. Ja, wird doch nicht schlimm. Ja, wird doch nicht schlimm. Wir machen eh Fukushima. Wir machen eh das... Für solche Wasser da einfach rein. Jetzt musst du halt den Schalter natürlich... Du musst den Schalter... Ja gut. Ich weiß, ich habe nur überprüft, wie ich habe, wenn ich springen sollte. Einfach nur geradeaus. Wenn du seitlich springst, dann passiert das, was du gerade eben hattest. Ein bisschen du stehst genau. Und jetzt... Volle Pulle dagegen. Und das so gut es geht geradeaus. Ja genau. Sieht richtig aus. Ja. Da bekommst du her. Guck mal. Wie schön. Ach, das war schon geil. Ach, Schwiegert. Ach, Schwiegert. Nicht für dich. Sollten sie jedem einen heroischen Rettungsaktor konvertieren. Und die Verstattung der Sorgen ist in den Namen in den Fußnoten erscheinen. Ja, was suchtest du? Ich schmolle. Ja, dann mach mal was dagegen. Gegen das Schmall. Ja, dann mach mal was dagegen. Gegen das Schmall. Ja, schnell rein. Boah. Hahahaha. Hättest du ja auch gucken können, ne? Ne. Jetzt hast du keinen Bock dazu. Okay. Ist mein Arsch also doch nicht gut genug? Nein. Ich hab jetzt eine neue Phase. Ich schmolle. Wahrscheinlich zeig ich dir dann mal durchgehend meinen Arsch in dein Gesicht. So. Wahrscheinlich muss es jetzt kurz wiederladen. Ja. Ganz kurz. Ah. Aber so sind wir sonst ein ganz gutes Team, ne? Ja. So. Zumindest kommen wir recht gut durch. Dies und das. Ja. 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 Und leider. Es gibt gleich eine Überraschung für dich. Mhm. Leider. Überraschung. Leider. Leider. Guck mal. Was ist denn los? Let's kommen. Hier. Da. 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 Dann bekommst du halt meinen Arsch nie wieder. Nein. So. Jetzt ist es halt grünes Zeug. Das müssen wir woanders drauf machen. Was ist denn wenn man es da sucht? Was ist Splatoon das da? Jaja. Ich weiß. Wir müssen halt den Speed nehmen und dann da so rüberspringen. Oh. Haben wir beide gleichzeitig gemacht. Ah. Da ist ein Würfel. Ah. So ist das. Den Würfel muss ich wenn dessen schnappen. Okay. Mach mal runter. Ne mach einfach mal. Okay. Mach nochmal. Okay das ist Vieh zu führen. Vor allen Dingen. Ich muss den Würfel ja nur retten. Wenn nicht. Den haben wir aber auch nur gerade so erwischt ne? Das war ein Gefühl. Ja ich habe echt Glück gehabt. Was denn? Du hast nichts gesehen oder? Ne ich bin da nur runter gesprungen den kurzen Weg. Was ist bei dir passiert? Du bist fast gestorben oder wie. Ja ich bin in den Treppen mit den Treppendingen runter gerutscht. Er wäre ja nicht schlimm gewesen. Da war ja alles vorbereitet. Ich erinnere mich. Das wird sehr lustig. Das wird sehr lustig. Lass mir aber glauben. Du hast nicht annähernd die Ahnung was hier passieren würde. Sollts nicht meine. Ja gut passt. Wenigstens. Da muss ich auch ein bisschen mitdenken. Ja. Gut. Ja. Ja hier oben muss ich den hinten hauen. Müsste eigentlich alles genau zugesplasht sein. Und auch da drüben. Das lassen wir noch kurz. Und dann müssen wir das was du gemacht hast auf der einen Seite auch auf der anderen Seite machen. Und mich hier. Ähm. So. Und jetzt noch einmal auf den Schalt. Ja genau. Ja. Hast du ihn weg gemacht? Ja. Was? Oh. Das war nicht im richtigen Moment. Ja ich weiß. Ja hier hast du doch meinen Arsch. Ich will deinen Arsch nicht. Und das Interessante ist jetzt ähm. Ich darf da jetzt. Oder. Ich kann dir jetzt zeigen was der Plan ist. ja so ich laufe jetzt so durchgehend hindurch das interessante ist so dass ein portal daneben dran setzen genau und dann musst du dass dich hier auswechseln dass da was vor mir ist wenn ich vollen speed jetzt jetzt ist die frage ob ich auch da drüben durchkommen weil ich kann sehr arg verwecken ja das ist das problem wir müssen das abteilen das heißt du kannst gucken weil ich kann leider nicht währenddessen gucken wenn ich hier ja hauptsache ich lauf nochmal weil ich kann da halt leider nicht gucken das heißt du hast jetzt das timing gefühl was du jetzt für mich machen muss das war fast richtig alter wir haben es schon fast geschafft also sag es doch selber es ist ein bisschen problematisch weil halt das timing hier extrem wichtig ist ich kann halt leider nicht rüber gucken doch ich kann ein bisschen sehen bei dir ja das müsste passen jetzt muss ich es halt für dich machen das ist jetzt aber kein problem ist jetzt einfach genau da du gehst jetzt einfach durch das blau rote portal dann setzt dir beide portale dahin genau jetzt läufst du einfach durch und ich muss richtig er gehe lieber in die andere richtung das für mich einfacher dann kann ich wenigstens besser abteilen glaube ich und sehen ja doch oder geht auch nicht egal ich habe nicht gezielt ich bin runtergefallen okay ich mache es für dich bei mir bist du gar nicht gestorben okay jetzt musst du das noch mal danach gleich für mich machen ja gut 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 du sollst aber nicht runterfliegen wie ich ich gehe einfach hoch und dann weiß der was zu tun ist ah du siehst das wenigstens genau richtig perfekt jetzt müssen wir auch beide hier dagegen knallen äh hier meine ich das so auslösen bist du wirklich fast drüber gelaufen das willst du doch nicht erzählen oder wir haben es geschafft habe ich das nicht motiviert dann weiß ich auch nicht dann kannst du nicht mal raus mein schwerkende arsch mein türk in der arsch ist im weg nicht es war einfach perfekt wieso mein tag in der arsch ist im weg wohl hat es doch einen durchlass was ich habe nichts gesagt so ich glaube ich gleich der part bänden ja genau wir lassen das einfach durchladen und dann dann sagen wir schon mal jetzt vielen dank dass in diesem part mit dabei war und dem zwirgenden arsch und dem leider trotzdem vorbei gekommen ist und ich bin und dann sage ich doch mal vielen dank dass ihr dabei wart und dann sieht sie einfach sie will ja noch reden habt ihr schon einmal menschen gesehen sie sind genau wie man es sich vorstellt scheiße sie weiß wie sie sind gut dann sagen wir doch mal vielen dank dass in diesem part dabei war bei let's play ja ja gut ja du magst meinen twölken arsch gut dann sieht sie bis zum nächsten part schau 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 schau